Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir haben hier... Ich habe noch nicht mal angefangen und er kommt hier immer rum und fragt, obwohl wir noch gar nicht so weit sind. Ich glaube, ich wollte zuletzt zu dem Grab. Okay, die Wölfe laufen weg und die Frage ist, ja, entweder ich laufe jetzt hier lang oder ich... Ich meine, wenn er hier ist, dann muss ich, glaube ich, noch mal mit der Seilbahn runterfahren, weil das hat dann hier wohl nicht so gespeichert, wie ich wollte. Jagd, erlegen heute die Tiere? Geht das jetzt wieder los? Kommen die jetzt wieder? So wie das letzte Mal? Kann natürlich sein. Okay. Ich habe zuletzt das Grab gefunden gehabt und da möchte ich eigentlich hin. Deswegen ist es irgendwie blöd jetzt, dass ich nicht weiß, ob es cooler ist, da wieder mit dahin oder nicht dahin. Diddidim. Was ist hier? Hier waren wir doch auch schon. Ach, den Schrank kriegen wir noch nicht auf, ne? Ja, okay. Toll, das müssen wir alles dann nochmal nachholen irgendwann. Äh, doh, wie? Ja, und ich soll das Reh töten. Kleines Reh! Wo bist du? Wo ist es denn jetzt hin? Da hinten? Oh, jetzt ist es verletzt. Und kommt wahrscheinlich da hinten rum. Genau, hier bin ich zuletzt runter. Aber jetzt muss ich mich ums Reh kümmern. Oh Gott, wo ist denn das jetzt hin? Ist immer dasselbe, ne? Ich schieße die Tiere so halb an und dann... ...dann gehen die hier sonst wo lang. Geht's doch zu, Lara, du hast noch nicht mal angefangen. Das ist doof. Und ich kann hier leider nicht rennen durch. Ne, da ist es! Okay. Komm her. Oh, das gibt's nicht. Na also. So, und jetzt ist es mir hier in die Ecke geschlittert. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Wo ist es denn jetzt hin? Oh Mann, du, jetzt ist es da hingeschlittert. Und ich komm da nicht ran. So ein Scheiß. Oh Mann! Ich will da rankommen. Das find ich jetzt gemein. Oder? Ist es doch, oder? Da seid ihr doch bei mir. Mann, oh. Das... Scheiße. Wir müssen mal ein paar neue Pfeile basteln. Ich geh jetzt wieder da diesen komischen Hang entlang, damit wir zu dem Grab kommen. Kann ich auch noch mal das Vogelnest runterholen? Kriegen wir noch mal hin? Oder landet das auch wieder irgendwo, wo ich nicht rankomme? Da ist das Grab. Irgendwo hier in der Nähe soll es sein. Hier bei dem Truck waren wir auch noch nicht. Was ist jetzt hier? Warum ist hier so die Muck... Oh, wegen den Wölfen. Super. Zwei Wölfe. Das muss hier irgendwo sein. Der Grab. Das Grab. Der Eingang. Und da guckt sie auch irgendwie hin. Ach, da oben ist wieder so ein Sternendingen. Ja, jetzt... Hier wird der Eingang sein. In dem Grab. Komm, dann gehen wir da mal rein. Herausforderung ins Dunkel. Oh, oh. Oh. Ja, wie oft soll ich denn da noch aufschlagen? Kann der mal sterben, der Wolf? Ey. Okay. Also, ihr habt ja gesehen, dass ich jetzt mehrere Male draufgeschlagen habe. Aber irgendwie scheint das ja nicht viel zu bringen. Schön. Das ist toll. Dann darf ich da jetzt nochmal hin. Ich glaube, ich war auf dem Weg hier lang. Ach. Da sind die Wölfe wieder. Wenigstens einer. War hier noch einer? Ja, ja. Ich weiß, ich soll jagen. Nimm mal mit. Ähm. Oh. Gehen die jetzt in ihre Höhle? Menno. Und deswegen muss ich auch gegen die dann so viel kämpfen. Nimm mal noch mit. Wenn du kannst. Wir laufen weiter. Gehen da jetzt nochmal rein. Wehe, ich schaffe das nicht. Können wir mal die anderen Pfeile jetzt nehmen? Ich meine, dieses Mal ist es mir egal. Jawohl. Das war schon besser. Aber ich glaube, da kommt bestimmt noch mehr. Ein bisschen Schiss, dass hier sogar noch ein Bär kommt. Aber mal gucken. Okay. Da haben wir wieder dieses besondere Erd. Spezielle Schrotflinten-Munitions-Sprengladungen. Na dann. Noch was in der Ecke hier. Da sind nur die Pilze. Den nimm mal noch aus. Sehr schön. Da ist noch mehr von dem Zeug. Aber es ist noch nicht das Grab. Es war jetzt nur so ein Eingang, ne? Sehr schön. Und was haben wir hier? Kato aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Aha. Na dann. Nix mehr hier. Wo vorne soll ich hin? Das ist ja schade. Kann man noch weiter in die Höhle rein? Hm. Hm. Ich habe jetzt mehr erhofft. Aber okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Können hier noch die Sträucher wieder abzwacken. Oder die Bären. Genau zum Heilen oder was. Da sollen wir auch lang. Dann gehe ich da mal lang. Ich hatte ja das Grab schon gefunden, ne? Aber naja. Eigentlich ja. Was haben wir hier? Ein Reh. Nein. Nein. Ja. Diesmal gehört es mir. Wir brauchen das nämlich. Die Felle und das alles. Würde mich nicht wundern, wenn hier noch was liegt. Aber da geht es um die Ecke. Und noch was. Und hier können wir hoch. Was war da? Ah. Absperrbarrieren. Nutzen die Waffen aus Sprengladung. Können wir aber noch nicht. Wir haben noch keine Sprengwaffen hergestellt. Ach ja. Hier ging es wieder hoch zum Dingens, ne? Um ins... runterfahren. Aber wir sollen hier hin. Dann gehen wir hier hin. Okay. Ah. Mission Kommunikationsrepeater. Eins von fünf... von Funktürmen zerstört. Das ist schön. Ha ha ha. Ha ha ha. Da sind irgendwelche Wölfe am Start. Das ist nicht gut. Und hier kann ich auch... Oh, runter. Da war jetzt direkt Reh in der Nähe. Aber das ist mir mal egal. Da können wir auch hoch. Und da sollen wir dann lang. Mhm. Okay. Gut. Wenn du schon hier so stehst... Jawohl. Ich nehme mich noch mit. Ist immer schade, man trifft es einem. Aber das reicht halt nicht. Die sind auch noch mal ein bisschen zäher. als sie vielleicht aussehen. Und da oben ist auch noch irgendwas. Wie komme ich denn da hin? Dass... Irgendwas Interessantes. Ne, ist schon voll. Brauche ich nicht. Hier kann ich hoch. Was war das jetzt? Achso, das war nur ein Nest. Achso. Achso. Okay. Ich will aber hier lang. Wegen diesem optionalen Kram. Jawohl. Optional ist auch ein Herausforderungsgrab. Das muss hier irgendwo sein. In der Nähe. Ich nehme die Kiste mal noch mal mit. Irgendwas ist hier, ne? Sie ist schon wieder so in geduckter Haltung irgendwie. Ich warte auch schon immer auf irgendwelche Waffen und so. Aber irgendwie... Sehr schön. Da vorne. Das könnte das Grab sein, ne? Ne. Das ist da, wo wir schon waren. Mist. Ist hier irgendwo ein Wolf? Ja. Ja. Deswegen war sie auch so in so einer Gefahrensituation gerade. Wegen dem Wolf hier, der mich angreifen kann. Das war's mit ihm. Der gehört uns. So. Da vorne kann ich was... Da oben kann ich was runterholen. Gehe ich mal hier auf die Leiter. Ja, ja. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Grab sein soll. Aber ich muss noch mal schauen. Ne. Von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Huh. Wie komme ich denn da ran? Hier vielleicht? Und eben so. Kann ich das hier runterholen? Weil irgendwie... Was soll ich damit machen können, ne? Das kann ich abfackeln. Vielleicht mit meiner Pistole. Nicht runterfallen. Nee. Nee. Ich glaube, das könnte man später anbrennen oder so. Aber wir sind nirgendwo... So Fackel... Äh... Hier Lampen. Zum Anbrennen. Was ist hier noch? Dann guckst du hier so. Kann ich hier irgendwas abschießen? Für irgendeine Nebenquest noch? Nein. Tja, ähm... Ich geh mal wieder runter und dann kletter ich mal den Baum hier hoch. Oder... Noch besser. Ich glaube, ich soll hier rüber. Und ich bin damals diesen Fluss entlang gegangen. Und dann bin ich da irgendwie hingekommen zu dem Grabeingang, oder? Das war aber nicht die Stelle. Das war schon wieder völlig woanders. Hm. War das hier? Und man kann ja bestimmt von beiden Seiten auch wiederkommen. Ja, natürlich schön, wenn ich diese Stelle wiederfinden würde. Das sieht total schön hier übrigens aus. Ich ärgere mich auch immer, wenn es ein bisschen ruckelt im Spiel. Ja. Hier war das. Da gehen wir jetzt mal rein. Hallo, du Hirsch. Ja, geh mal ruhig weg. Ich wette... Ich hab gar keinen Bock, dir hinterher zu jagen. Nee, brauch ich alles nicht. Ich höre schon wieder Wölfe. Deswegen gehen wir mal schnell hier rein. Ist hier irgendwas? Oh Mann, oh Mann. Im Moment sehe ich hier nichts. Hier ist wieder dieses Magnus-Therz. Magnus. Ja, hol dir mal alles raus. Sehr schön. Noch mehr? Da. Alles rauskloppen, Lara. Ach, das ist aber so toll. Macht echt Spaß, das Spiel. Ähm. Die Sachen, die so in der Erde liegen, die werden aber immer nicht so angezeigt. Deswegen... Ja. Hoffe ich immer, dass ich nicht so viel übersehe. Oh, hier liegen... Sind auch so Sachen, so Symbole auf dem Boden. Na toll. Und ich bekomme mich noch nicht runter. Na super. Na super. Also können wir noch gar nicht in das Grab rein, ne? Auch wenn wir es jetzt schon gefunden haben. Das ist natürlich auch blöd. Oder kann ich hier irgendwo... Nee, hier geht es einfach nur wieder raus. Was war dann in den anderen Winkeln noch? Da geht es gar nicht rein. Das sah dann nur so aus. Da ist das. Und da ist das. Okay. Sah das nur so aus, als würde es da noch einen Gang geben. Ja, dann gehen wir wieder raus. Schade. Ja, ja. Oder war das immer noch nicht das Grab? Weil das da jetzt wieder stand. Ist das da oben vielleicht? Nee, hier bei dem Ding waren wir gerade schon. Da oben kommen wir auch schon her. Da waren wir auch schon. So, ich folge dem Grünen. Nicht dem Gelben. Da. Da müssen wir hin. Hallo, Hirsch. Reh. Hirsch. Kommt der jetzt wieder mit mir zurückgelaufen? Ich habe Angst vor den Wölfen, muss ich sagen. Sind mir nicht geheuer. So. Ich soll also doch wieder hier hin. Irgendwas hier. Hier ist schon wieder ein Grab. Hä? Ihr verwirrt mich mit euren Gräbern und Höhlen. Da ist der zweite Kasten. Hier sollen wir hin. Das hättet ihr doch auch selber machen können, der Typ. Wer ist das überhaupt, der neue Kumpel, den wir hier haben? Keine Ahnung. Kann man das Abschießen da? Bestimmt. Aber wir bestimmt noch nicht. So, wo geht es jetzt lang? Da lang. Gut. Dann schlängeln wir uns wieder hier durch. Hier waren wir ja jetzt schon. Aber so lernen wir auch die Gegend ein bisschen kennen. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Stillgestanden Spiel. Da vorne geht es lang. Welche Zeichen? Meinst du hier dieses komische Ding? Erte schießen, sie auf strukturelle Schwachpunkte fallen und Seilverbindungen lösen. Auf was soll ich denn schießen? Wenn ich jetzt hier hochgehe, wo komme ich dann hin? Ne, da kann man glaube ich nicht lang. Irgendwas soll ich abschießen? Dieses Ding hier? Hm, RT. Ja, ich glaube wir haben genug Pfeile. Aber ich weiß gerade noch nicht, wo auf was wir schießen sollen. Hier nehmen wir uns mal den nächsten Dings hier vor. Vielleicht weiß ich dann, was ich tun soll. Ne, da komme ich auch so ran. Sehr schön. Drei von fünf. Wir kommen voran. Ich glaube, das wird denen nicht gefallen. Was haben wir hier? Ist das noch ein Grab? Hallo? Oh, fehlende Ausrüstung. Och, Manno. Da brauchen wir Sprengladungen für. Schade. So. Zum Schneiden von Seilen wird das Kampfmesser benötigt. Ey. Alles fehlt uns hier. Dann spreng ich jetzt da hin und hol mir das. Will gar nicht aufs Dach, aber gut zu wissen, dass es kann. Hier ist noch was. Da ist noch was. Finden wir hier auch noch was? Du guckst da so hin. Wir haben doch alles hier, oder? Naja, die Kiste noch. Können wir die? Ja, können wir. Sehr schön. Teil, Kepauntbogen. Yay. Das ist gut. Ab raus aus dem Fenster. Wo sollen wir denn hin? Glatteis. Da vorne soll es hin. Da ist der nächste Automat. Den wir uns kriegen. Kaputt machen dürfen. Da hat sie wieder so hinten geguckt. Ist da was? Ich weiß es nicht. Aber ich kann ja auch nicht überall immer stehen bleiben. Das geht ja auch nicht. Da oben. Da oben müssen wir hin. Hier waren wir schon drin. Also ich glaube, das soll dann wohl ein Grab sein. Können wir, wenn wir hier links hoch gehen? Erkletterbare Wände. Ja. Aber die sieht gar nicht zum Erklettern aus. Meinen die vielleicht... Okay, die meinen die Seite. Hoch mit dir. Jawohl. Neues Basislager entdeckt. Ach, geschützter Grat. Ich dachte, hier wären wir schon gewesen. Ups. Okay. Gut. Dann... Nehmen wir uns nochmal hier den letzten... Ne, den vorletzten Automaten vor. Ich sage am Automat. Den Kommunikationskasten. Jawohl. Vier von fünf Funktürmen zerstört. Das ist doch schon mal gut. Gut. Dann war hier noch das Nest. Können wir das mal runterkicken, bitte? Ja, das hat total gut geklappt. Kannst du da... Genau. Vielen Dank. Ja, genau. Schmeiß dich runter, du blödes Nest. Aber irgendwann komme ich da unten bestimmt nochmal vorbei. Und dann hole ich mir den Senf. Wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.